Ängste, Probleme und Hemmungen Stell dich deinen Ängsten, Problemen und Hemmungen, auch den ganz Kleinen. Schreibe sie auf und gehe sie an. Je weniger du mit dir herumträgst, desto freier und entspannter müsstest du dich fühlen und desto besser kann auch deine Stimme werden. Je länger und öfters du eine unangenehme oder beängstigende Situation aushältst, desto einfacher sollte es werden. Bis das unangenehme Gefühl abschwächt oder ganz weg ist, kann es ein paar Minuten bis Stunden dauern. Erweitere deine Komfortzone, wie zum Beispiel vor einem Publikum sprechen und beginne mit interessanten Menschen ein Gespräch, wie zum Beispiel in einer Bar, an der Haltestelle oder am Strand. Einfach da, wo die Menschen gerade mehr Zeit haben. Wenn du jemanden sympathisch findest, geht es demjenigen meistens auch so. Der Sympathiegrad ist also oft gleich oder zumindest ähnlich. Sollte die Person abweisend reagieren, muss es nicht an dir liegen. Es könnten auch ganz andere Gründe sein, die nichts mit dir zu tun haben.